So Leute, das letzte Türchen, Türchen Nummer 24, dann ist es vorbei. Ihr seht gerade, die Fläche ist komplett leer. Ich habe jetzt nochmal zur Veranschauung, habe ich euch jetzt die ganzen Figuren nochmal hingestellt, damit wir nochmal gleich gucken können, oder damit ihr gleich nochmal den Überblick habt, was wir denn alles bekommen haben in den 24 Türchen, ob die 30 Euro sich gelohnt haben. Und tatsächlich, den hatte ich natürlich, hätte ich vermutet, dass wir den bekommen, als Special haben wir nun den Schnee Chewbacca oder den Schnee Wookiee als Sonderedition. Und ich würde mal sagen, das können wir gleich mal so zusammenpacken, oder ja, aufbauen. Dann, ich setze nun mal eben wieder die Kamera ab. Ich denke mal, das wird nicht allzu schwer sein, aber cool. Sowas gab es auch noch nie, so ein Chewbacca in dieser Form. Deswegen hier sein Oberkörper. Setzen wir dann mal, wohl warte mal. Erstmal müssen wir den Körper aufbauen. Und ich finde ja witzig, dass er ja einen ganz normalen Körper eigentlich hat. Und dann setzt man hier dieses Chewbacca-Kostüm drüber und dann ist es ein Wookiee. Das ist immer mega, mega cool. So, was brauchen wir denn als nächstes? Die Waffen müssen wir aufbauen. Die Waffe wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter, weil es sind dann doch schon relativ viele Teile. Also, könnt ihr euch mal auf so ein XXL-Video drauf einstellen. So. Okay. Ähm, ja, gut. Warte mal, wie rum ist denn das jetzt eigentlich richtig? So rum. Äh, okay. Ne, ich skipp das doch noch mal. Es ist ein bisschen kompliziert. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Ne, Leute, Leute, doch. Ich kann es doch aufbauen. Ich hatte das Ding nur falsch rum. Ich hatte das, ähm, so rum. Und es muss so rum. Das muss nach oben. So, dann geht das nämlich. Dann können wir nämlich dieses grüne etwas einmal hier durchstecken. Na, das ist falsch rum. Das ist falsch rum. Ich muss mich so drüber setzen, oder? Warte mal. Doch, doch, doch. Okay. So muss das rein. Oh, Akku aufladen. Akku. Schlecht, schwach. So. Dann mache ich es schnell. Das Ding setzen wir jetzt hier drauf. Und dann haben wir das schon mal fertig. So, dann brauche ich... Hier vorne ist es nur ein bisschen komisch. Also verstehe ich nicht so ganz. Ach so. Ah, okay. Wir müssen... Pass mal auf. Ich hoffe, der Akku reicht jetzt noch. Ähm, zwei Dinge übereinander setzen. So. Und dann kommen die hier rein. So rum, oder? Nee, so rum, warte. So rum? Äh. Ja, ich glaube, so rum. Ja, ich glaube, so ist es richtig rum. Oder? Ernsthaft? Ja, der sagt mir an. So gerade. Joa. Und dann setzen wir ihm das mal in die Hand. Und schauen wir mal, wie es aussieht. Ne? Ernsthaft? Das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Der kann ja noch nicht mehr richtig stehen, ja, Leute. Ist zu schwer. Es ist einfach zu schwer. Na, geil. Ja, scheiße was, ne? Aber so soll es eigentlich sein. Ist nur ein bisschen zu schwer. Der ist zu schwach. Guck dir das mal an. Mir ist richtig. Drück mal ihn in die Hand hier. Ja. Aber er scheint wohl zu schwer zu sein. Jetzt ist zu schwer. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ha, ha, ha. Warum hat der eigentlich so eine fette Armbrust? Ich habe das richtig gebaut, Leute. Aber es passt nicht. Der kippt immer wieder um. Ist ja blöd. Oh. Fuck. Versuch mal, seinen Arm weiter höher zu machen. Das geht doch gar nicht richtig rein, ja. Aber warte mal. Ne? Hängt auch nur so richtig locker drin. Egal, mein Akku ist gleich leer. Gut, dann zeige ich euch nochmal im Überblick, was da alles drin war. Hier haben wir die ganzen Figuren. Da haben wir die ganzen... Ähm... Fahrzeuge und Häuser, Gebäude und Figuren. Und hier haben wir die ganzen... Genau. Äh... Raumschiffe. Jawohl. Jawohl. Ja, der Dings verwirrt mich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann stelle ich einfach so hin, oder was? Ja, stelle ich erst mal so hin. Gut. Dann würde ich jetzt hier die Fläche nur abreißen, würde ich vernünftig hinstellen. Dann hat man natürlich eine schöne, schöne Sammlung. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Adventskalender Special hat euch so gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ob ich das nächste Eventuell nochmal machen soll. Gut, Leute. Dann danke. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.